Die Mutter eines Polizisten wurde ins Koma geprügelt. Die Justiz ermittelt rund um einen Traktorunfall in Talgau. Und die Reaktoren 3 und 4 in Mochowtse werden doch nicht in Betrieb gehen. Das sind unsere Schlagzeilen heute. Hallo und herzlich willkommen auf KRONE TV. Ein heftiger Schock bei der Wiener Polizei. Die Mutter eines Kriminalbeamten wurde am helllichten Tag ausgeraubt. Eine Bande an serbischen Staatsbürgern soll die 78-Jährige auf dem Heimweg ins Koma geprügelt haben. Die Beute waren schlappe 70 Euro. Die Frau hat mehrfache Knochenbrüche und schwerste innere Blutungen erlitten. Sie musste notoperiert werden. Vier Verdächtige sind noch am selben Tag festgenommen worden. Drei davon sind jetzt aber wieder frei. Nach dem Unfalldrama mit einem Traktor am 1. Mai in Talgau ermittelt jetzt die Justiz. Da hat ja ein 36-jähriger Landwirt einen Traktor gelenkt, der eigentlich nicht für den Verkehr zugelassen war. Seine beiden drei- und fünfjährigen Söhne waren mit. Der Traktor ist von der Fahrbahn abgekommen und über eine Böschung abgestürzt. Der ältere Sohn ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Jetzt geht es bei den Ermittlungen um den Verdacht der grob fahrlässigen Tötung. Der 36-Jährige soll nach einer Mai-Feier nämlich bereits 1,6 Promille Intus gehabt haben. Die Slowakei hat beschlossen, den Betriebsbeginn des dritten und vierten Blocks des AKW Mohovce zu verschieben. Die Inbetriebnahme war für Juni geplant, wird sich aber mindestens bis November 2019 und vielleicht sogar bis März 2020 verzögern. Der Grund sind vor allem die Einsprüche aus Österreich gegen die Betriebsgenehmigung. Die parteiübergreifenden Proteste haben also Wirkung gezeigt. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das als ersten Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner meint, der Fall zeige, was möglich sei, wenn alle Parteien an einem Strang ziehen. Für Millionen Muslime weltweit hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Dabei verzichten sie von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf alle Speisen und Getränke. Tagsüber sind also Essen und Trinken, aber auch Rauchen und Sex tabu. In Österreich werden geschätzt rund 700.000 Muslime fasten. Vom Fastengebot ausgenommen sind Kinder, Schwangere, Alte, schwer körperlich arbeitende Menschen sowie Kranke und Reisende. Der Ramadan erinnert im Islam an die Offenbarung des Koran durch den Erzengel Gabriel an den Propheten Mohammed. Und für Millionen Briten hat das große Rätselraten um den Namen von Baby Sussex begonnen. Der steht nämlich immer noch nicht fest. Aber die Briten sind ja für ihre Wettfreudigkeit bekannt. Und bei den Buchmachern stehen besonders vier Namen ganz hoch im Kurs. Das sind James, Arthur, Philip und Albert. Welcher davon es dann wirklich wird oder ob sich das Paar vielleicht für einen weniger traditionellen Namen entscheidet, das soll im Laufe der Woche verraten werden. Das war soweit das Wichtigste vom Tag. Ich hoffe, Sie haben eine entspannte Arbeitswoche und ich freue mich, dass Sie bei uns sind. das war soweit das Wichtigste vom Tag. Das war soweit. Das war soweit. Das war soweit.